hallo liebe freunde der guten unterhaltung willkommen zurück zu einer weiteren folge chain of ghost von mir dem hube hier auf hube tube aber wenn ich gleich ins spiel rein hoppe wird es so aussehen als wäre keine folge verstrichen wenn man die folge davor gesehen hat weil wir genau da anfangen wo wir auch letztes mal angefangen haben aber die letzte folge war sehr kostbar schaut sie euch gerne an wenn ihr sie noch nicht gesehen habt jetzt holt euch aber bitte erstmal was leckeres zu essen was köstliches zu trinken und habt ganz viel spaß danke schon mal fürs spaß haben ich habe auf screen auch ein wenig schmiede zeugs gemacht kann man das so ausdrücken ich glaube weil nicht viel passiert ist ich habe in die neue rüstung die wir gefunden haben in der letzten folge noch mal was reingeschmissen dann habe ich außerdem auch noch einmal das schwert verbessert und da lp regeneration fünf prozent wenn wir den gegner killen reingehauen und das war es eigentlich schon was fehlt hier besiege alpha wölfe okay das werden wir sicherlich hinkriegen wenn es auch diese drei deals das nervt mich so erstellt euch mal vor wir haben die schatztruhen die das könnte richtig gut werden in belohnungstafeln aber gut vor allem hat man da noch so ein bisschen sehen können wie die später weitergeht glaube ich die belohnungstafel ich freue mich habe bock noch ist das ein sehr sehr geiles spiel auf das ich sehr bock habe ich werde aber auch noch mal wieder was neues auf den kanal bringen ich erzähle noch nicht zu viel du machst erst einmal die hymne der heilung damit wir was haben was uns schön heilt wenn wir ein bisschen aus dem maul kriegen wir schwingen weit 4x7 dann machen wir gleich ein ultra move mit unserem lieben kleinen gelennen sehr schön verteilt euren damage das gefällt mir sehr power rüstung hinder bei ihm hätte ich auch gern diesen zusatz gilt das ist mehr der mensch macht oder schneller erreicht wird oder wort auch immer das hat ja aktuell nur lernen das finde ich bei ihm irgendwie oder fände ich bei ihm irgendwie sinnvoller er trommeln er trommeln exib exib blutungen isiere sehr fein also diesen als gegner sehr straightforward sehr angenehm zu bekämpfen easy down zu bringen wo easy down zu bringen und auch ein doof muss hier einmal so passt mal auf das handy hier als ne falls die kita anruft und so bin auch doof schlechter vater kreuzhiebe dafür kann ich winz töten ne heute ist irgendwie streik ich bin großer freund und verfechter von streiks in der kita und deswegen ist da eine notbetreuung die haben meinen kleinen und den großen irgendwie zusammengeschmissen der kleine war nicht happy darüber als ich sie vorhin in der kita abgegeben habe also echt nicht happy deswegen kann es ja sein dass dann anruf kommt holen sie ihn bitte ab was ich dann halt tue hier ganz wichtig weil es drei und weiß immer nicht wenn die ihren angriff konzentrieren auf einen kann das böse enden vielleicht fangen wir mal mit der klingenspiegelung an das ist glaube ich ganz cool so haben wir erst mal kein damage pro gegner das ist doch geil dass es denn so 100 prozent geschichte ist denn dadurch kommen wir erst mal den overdrive und können jetzt uns auf einen konzentrieren seine rüstung brechen und schön zermalmen den jungen es ist gerade auch eine schöne komposition an kämpfern finde ich wir haben so die buff schiene über victor los war das wir haben so die jenige die debuffs macht wir haben den einen der echt gut schaden verteilt schöne komposition wie gesagt haben wir jetzt hier mal ein bisschen abwehren sollten den kann man sogar was klauen cool ein bestem pelz ja mein gott sie hatte blüten stürm und ich habe nicht angegriffen das natürlich nicht so smart gewesen dann das ist ja jetzt blöd okay ich glaube wir müssen mal full helm gehen immer so kashen war aber auch nicht so geil auf ihn irgendwie dann ist es halt auch wieder dieses ne komplett auf den eingegangen was ein schmutz oh man na egal es ist jetzt nicht so als hätten wir dadurch angst irgendwie dass der kampf verloren geht aber die sind schon fies und konzentrieren ihre angriffe das ist ein bisschen ätzend war der schöne krit am ende nochmal und weg mit dir ja jetzt ach der hat noch gar keinen ja dann müssen wir unbedingt mal in die blutung bringen was ein panik von mir aus ich glaube jetzt können wir full helm ist völlig egal alles das wir haben auf ihn schmeißen auch wenn wir dann im overheat sind mit dem exib auch diese verschiedenen stile und so wie die kämpfen das ist echt alles sweet hat hand und fuß für mich wenn ich schon das gekriegt für besiege die schweine viecher der heilung könnten schon wieder ultramoven tatsächlich aber das lassen wir erst mal für den gefahr gab es auch gab es auch glaube ich gar nichts im bord exib der gaffer start in die ferne es macht ja gern posi marsch der gedecke deck let's go med let's go kreuz so nämlich kannst du gar nichts klaren joko giri klingenspiegelung kann zum exib ihr wisst nie wieder aus dem bluten rauskommt die also ich finde die bisher auch ultra easy irgendwie okay die haben dann mal ein skill der hier auf alle geht und so magic damit ja bla also lang es nur einer ist sind sie mega entspannt auch in der letzten folge hatten wir einen von denen schon bei dem vampir wappen das ist halt so naja schwächungs over irgendwas ach guck mal da haben wir einer zeigt noch unten da haben wir einer zeigt noch unten schade ich habe auch die ganze zeit vergessen hier überhaupt mal x zu drücken blöd von mir sehr blöd großes versäumnis tatsächlich gelbschnecke oh wow weiß ich noch nicht okay ist das so cool gegen drachen hier kämpfen zu müssen das fühle ich ja irgendwie gar nicht die machen mir ein bisschen sorge um ehrlich zu sein hartpanzer mal vier was ist es hier für ein gebiet so grundsätzlich sonst nix also irgendwie hätte ich schon bock aber ich trau mich noch nicht so richtig sie so fragen nach einem date hey du es passiert auch selten dass ich mir so eine höhle finde wow 900 das ist das cash jetzt nice das hat eine truhe er speichert halt auch schön ich könnte ja auch einfach mal system speichern zack zack komm ist egal hin da hymne der heilung walschisser und waldwürm schwerer stoß uh ist nicht viel damage haha okay it's a gebiet wir sollten nicht sein glaube ich ja gut ja gut kann man irgendwie fliehen wie war das hier nochmal mit dem fliehen da entkommen ok ok waldwürm ist noch so gar nicht unsere kragenweite nehmen wir so mal zur kenntnis gut was wir auch zur kenntnis nehmen ist dass coole menschen videos ein like geben das ist halt einfach so seit anbeginn der steinzeit damals schon ist das irgendwann mal in heilige bücher geschrieben worden menschen die videos gern auch diesem ein like geben ultra cool ultra ultra cool wie hast du es eigentlich alleine durch kotara geschafft sienna gefahren aus dem weg zu gehen ist eins meiner talente das scheint bisher nicht ganz geklappt zu haben nennen wir es eine pechsträhne zugegebenen kotara hat mir ein liswan mit magischen fähigkeiten geholfen ein liswan der mit magie vertraut ist hm tja wenn man sich mal nicht kennt was wirkt jetzt nochmal das symbol irgendwie hier gibt es keine truhe das enttäuscht sind das diese alpha wölfe oh warte sind nur wölfe und ein alpha wolf da hinten wenn ich das richtig gelesen habe ja ein alpha wolf hinten bonus loot ja machen wir den nochmal kaputt war ach ja der glänzt doch so schön jetzt sehe ich es auch oh ich habe vergessen mein ultra move einzusetzen ich bin so dumm meiiiiiii nicht victor töten nein sie töten victor alles cool alles cool alles cool schön vorausschauend klingenspiegelung ist halt höchstgradig sinnvoll bei denen und jetzt ultra movinisieren wir power rüstungs salve let's go ha 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 tatatata du triffst nicht weil du blind bist du triffst nicht weil du blind bist oh der heilt aber anständig der sack das ist ja ekelhaft schwäche ist wind also druck punkten yoko giri oh die kritz oh das war ja gut alter was dir gerade kritten heilige banane heilendes heulen ja mach mal sehr angenehmer kampf muss ich sagen das war sehr gechillt jeder hat gut das gemacht was er gut kann hier könnten wir ja auch mal wieder nein ich will nicht entkommen wechsel mal dann so ein gift schoss einfach mal so einfach mal so damit wir diesen wechsel da mal wieder gemacht haben neun fp einfach chili milli bolas und wir haben ja auch in der belohnungstafel guck mal die wins besiegt oh das mit den drei deals besiege wins ohne dabei in overdrive zu geraten aha ach so ja so gemacht oh ja gut das ist wahrscheinlich eine sache die können wir erst spät machen wenn wir die one shotten oder so so backtracken dann irgendwann mal diese alpha wolf geschichte aber das ist hier halt nach wie vor der längste streak ne ja feller von roland das klassenwappen einfach nicht gefunden und wie das mit glenn alleine funktionieren soll also ja gut wahrscheinlich einfach alle aus der aus der gruppe nehmen künstlich ne ok oh ja das muss ich offscreen irgendwie mal alles machen da habe ich bock zu einfach mal spiel anschmeißen um den ganzen kram da so zu machen oh da ist noch eine truhe so und die nehmen wir natürlich mit so dann nehmen wir das hier mit und wir schauen bevor wir storytechnisch weiter progressieren dass da eine falsche richtung ist wird jetzt wahrscheinlich wenn wir nach westen gehen genauso sein aber wir testen es einfach mal aus oh da stehen leute aber stylisch mit regenschirm schöne sprites ne guck mal hier kannst du nämlich hin ok das ist dann die andere seite alles klar in ordnung dann haben wir doch schon mal einen großteil dieses gebietes auch schon wieder erkundet hi und wir haben einen schnellreiseort entdeckt ja holla die waldfee hab halt so ein bisschen angst dass jetzt die story wieder so in richtung gehen wird wo die truppe sich trennt weil prinzessin ist ja wieder in ihrem heimatort und so und muss mit bruder sprechen und überhaupt sienna hat ihren dings erfüllt tritt tormund ja wir werden sehen whatever die stadt des regens ja hatten wir mal erwähnt ne das ist also deine heimatstadt tormund ja die hauptstadt von tarin in welcher der regen immer fällt nun manchmal fällt der nicht aber diese tage sind selten diese stadt wirkt so bedrückend da will man direkt in eine bar gehen und sich zuschütten oder ein heißes bad nehmen ja eher das was sienna gesagt hat hey kommt mit schnell prinz federik hält eine rede am palast ich wette es geht um die gerüchte eine rede wir sollten uns das ansehen anhören zwar viel eher aber ja glaubst du die gerüchte sind wahr offenbar ist ein luftschiff aus fahrensport zurückgekehrt mit einem verletzten general ich habe etwas über einen anschlag gehört glaubst du es kann ja hat geplant das abkommen zu verletzen wir haben fast eine stunde gewartet sollten wir nicht direkt zum palast gehen jetzt wo du es sagst da kommen sie oh wer ist sie denn general alena warum guckt die für schaut wie viele leute trotz des wetters gekommen sind ich kann es kaum erwarten ihre gesichter zu sehen wenn sie die schrecklichen neuigkeiten hören die schreit auch so nach ne ich bin einfach eine verräterin mit ihrem blick mit ihrem toten kopf zeugs gerade erst nur ohrring sagen vielleicht sollte ich hier runter gehen um es besser sehen zu können haltet eure emotionen zurück lady alena denkt an eurer position general guston ist auch irgendwie so ein falscher 50er ja streng wie immer mein lieber general gastern das gleiche gilt für euch die leute könnten einen falschen eindruck bekommen wenn sie euch bei so schrecklichen nachrichten lachen sehen was laschet na gut na gut general spielverderber davon abgesehen glaube ich dass die meisten die gerüchte schon gehört haben die verbreiten sich wahrscheinlich schnell seid ihr mit eurem plauschen fertig nach das frederick der typ der der neben frederick steht an den erinnere ich mich voll oh mein prinz dann lasst mich nun sprechen bürger von tormund ich bringe euch wichtige neuigkeiten neuigkeiten die schwer auf meinem herzen liegen ich frage euch wie lange haben wir dabei zugesehen wie unsere familien und freunde ermordet wurden für wie viele generationen wurde unsere heimat zerstört und geplündert während unsere feinde von fremdländern gefüttert wurden mussten wir hunger erdulden und leiden wir teilen uns zwar landes vielleicht mit escania und gravas doch es ist nicht gleich doch es ist nicht gleiche blut das durch unsere adern fließt wahrscheinlich das gleiche blut vor einem jahr wendete sich das blatt wir eroberten wirnscheier und besiegten gravas weil wir alle zusammengehalten haben weil wir nicht aufgegeben haben aber gravas so hinterhältig wie es ist akzeptierte das nicht und tötete nicht nur hunderte soldaten tarins mit der explosion sondern opferte auch sein eigenes volk ist es das was in valandes als ehre gilt es kanjas ideen von ethik und moral sind nicht weniger verdorben deshalb war es vor einem jahr nicht einfach für mich den friedensvertrag zu unterzeichnen aber ich wollte nicht dass noch mehr unserer soldaten sterben ich wollte nicht dass unsere bürger weiter hungern müssen bis heute bin ich davon überzeugt dass es die richtige entscheidung war aber heute haben uns nachrichten aus farnsport erreicht unser kanzler unsere soldaten sie wurden ermordet während der friedensfeier haben truppen aus escania kanzler edgar und einige unserer tapferen soldaten exekutiert nur general mathi konnte entkommen und brachte uns die kunde was ein falsches spiel also stimmen die gerüchte können wir das akzeptieren nein ich habe keine wahl als erneut die waffen zu erheben der krieg den ich um jeden preis vermeiden wollte wird weiter gehen dafür brauche ich eure unterstützung bürger von tarin seit 5 uhr 45 wird ich kann euch aber eines versprechen ihr werdet nie wieder hunger oder leid ertragen denn dieser krieg wird schnell enden mit der einnahme von wirnscheier haben wir uns die waffe aneignen können die vor einem jahr solchen schaden anrichten konnte ja ihr habt richtig gehört die mächtigste waffe der welt ist in unserem besitz seht das grand grimoire aka atombombe so quasi ohne den ganzen fallout scheiß links und rechts das ist die waffe die eine ganze stadt vernichten kann erschreckend sieht so harmlos aus wenn es uns gehört wird sich niemand mehr uns anlegen das ist es kilian das ist der gleiche stein ja das ist das grand grimoire das wirnscheier zerstört hat im gegensatz zu den worten des prinzen hat gravos es nie benutzt es war schon immer im besitz von tarin was woher wisst ihr das warum habt ihr mir nicht gesagt dass ihr etwas über den stein wisst ich weiß nur von ihm doch habe ebenso wenige informationen wie du es tut mir leid klein mit dieser waffe können wir eine ganze armada auf einen schlag zerstören und den krieg schnell beenden sei durch gewiss bürger von tarin dieser krieg wird bald vorbei sein und wir werden siegen die musik ist so scheiße passend ne props echt props warum zeigt der prinz das gemoir so öffentlich um die leute in sicherheit zu wiegen und die gerüchte werden den feind sicherlich einschüchtern ich ich lasst uns zum palast eilen ich muss dir dem sprechen matthi ist ein elender lügner sir victor wegen des grimoire verzei dass ich es nicht früher gesagt habe das grand grimoire ist einer der gründe warum ich in valandes bin ich werde es wieder gut machen da ist jemand den du kennenlernen solltest aber lass uns erst die prinzessin sicher zum palast bringen sorry mich vorhin voll verschluckt oha das ist ja crazy liebste schwester dem schicksal sei dank dir geht es gut worte können nicht beschreiben wie erleichtert ich bin auch wenn ich voll i don't give a damn aussehe nun sind sie endlich vorbei die schlaflosen nächte bitte sag mir wo bist du gewesen es tut mir leid frederick es war nie meine absicht dir sorgen zu bereiten ich sollte wütend sein aber da du nun zurück bist kann ich das einfach nicht denn begleiter haben meine tiefste dankbarkeit an jedem anderen tag hätte ich ein bankett zur feier deine rückkehr veranstaltet aber mit dem krieg am horizont müssen wir dem volk ein beispiel sein gräme dich nicht von banketten habe ich so oder so genug frederick ich muss etwas wichtiges mit dir besprechen ich war beim bankett als in farnsport und habe gesehen was dort passiert ist es waren nicht die soldaten von escania die unsere männer angegriffen haben es war ein dämon du sagst uns nichts was wir nicht schon wüssten ja was meint ihr so matthi hat uns davon berichtet sein bericht über den abend war sehr detailliert general matthi warum erzählt ihr es nicht selbst du wischer matthi also gut wie die prinzessin bereits sagte wurde das bankett von einem dämon angegriffen aber selbst das mächtigste biest hatte keine chance in der anwesenheit der besten ritter von valandes das monster wurde schnell besiegt doch das wahre monster hat sich danach gezeigt escania hat sein wahres gesicht enthüllt kanzler sigurd hat unsere männer und kanzler edgar im chaos des angriffs ermorden lassen unsere männer starben durch die schwerter escanjas ich war mir sicher dass sie die schuld auf den dämon schieben würden doch ich konnte entkommen und euch mein prinz die wahrheit berichten das ist eine lüge wie könnt ihr euch sicher sein dass ich lüge bei all dem chaos das dort herrschte hütet eure zunge elender verräter vertraut ihm nicht ich habe mit meinen eigenen augen gesehen wie ihr den räuber den auftrag gab lady panela zu ermorden und das ist noch lange nicht alles herr bruder nach dem bankett bin ich heimgeeilt durch kotara weißt du wer sich mir in den weg stellt dieser mann er sogar versuchte mich umzubringen bei allem respekt das ist nicht wahr warum sagt ihr so etwas zunächst behauptet ihr ich würde über das bankett lügen und jetzt auch noch üble nachrede mein prinz hört nicht auf sie sie ist verwirrt du warst lange weg celestia lass uns später sprechen es wird das beste sein wenn du in deine gemächer gehst und dich frisch machst für deine begleiter werde ich die besten zimmer der stadt herrichten lassen und sie morgen fürstlich entlohnen naja ich glaube der spielt mehr mit als das celestia gegenüber oder len gegenüber kundteilen will frederick es ist nicht die rechte zeit sich um mein wohlbefinden zu kümmern dieser krieg basiert auf einer lüge ich verstehe deinen standpunkt und ich verspreche dir wir werden heute nacht darüber reden aber nun ruhe dich erst einmal aus gar nicht gut bitte fragt mich nicht erneut das zu tun prinz es bricht mir das herz die prinzessin anzulügen und es würde das ihre brechen wenn sie wüsste dass ihr bruder sehr wohl weiß dass samatha sich um den kanzler gekümmert hat eure wahrheit dient uns mehr als die meiner schwester ihr habt eure rolle überraschend gut gespielt general matthi er ist sogar der strippenzieher danke mein prinz man könnte tatsächlich glauben dass meine schwester die wahre lügnerin ist wäre sie nicht die ehrlichste person in ganz verlandes ich stimme zu matthi tretet vor prinz legt eure rüstung ab meine rüstung spreche ich undeutlich oh das ist so hey frederick ich verstehe nicht wie ihr gesagt habt ist meine schwester die ehrlichste person in ganz verlandes wenn meine schwester behauptet ein dämon hat das bankett angegriffen dann ist genau das passiert richtig ja wir bereits wissen wenn meine schwester sagt eine gruppe von zwergen stünde auf diesem turm und würde den mond besingen dann stünde eine gruppe von zwergen auf der spitze genau dieses turmes und würde den mond mit dem schönsten gesang aller zeiten beglücken prinz und wenn meine schwester sagt ihr wolltet sie umbringen dann habt ihr das tatsächlich versucht wartet bitte sie hat das gesagt um mich zu diskreditieren also ist meine schwester doch eine lügnerin nein ich meine in diesem fall prinz heute scheint euer glückstags zu sein general eigentlich hätte ich euren hals aufgeschlitzt aber da eure aussage die basis für diesen krieg ist würden die leute skeptisch werden wenn ich erklären müsste wieso ich euch nach eurer heldenhaften rückkehr exekutiert habe es tut mir leid bitte ich wollte tarin nie schaden aber die leute werden sicher kein verdacht schöpfen wenn ich erzähle dass general matthi vom blutigen bankett mit nur einem arm und einem auge zurück kam nein ah ist der abgenudelt der typ crazy sir victor hat gesagt er wird mir jemanden vorstellen der mir mehr über das grimoire sagen kann aber es ist schon eine ganze stunde vergangen sienna und kilian gingen in die stadt rob und len sind im schloss geblieben ich bin zu nervös um hier zu warten vielleicht sollte ich auch die stadt erkunden werden wir definitiv tun und zwar in der nächsten folge liebe leute ich danke euch wie immer herzlichst fürs zusehen wünsche euch alles erdenkliche gute und bis zum nächsten mal haut rach hein